Jesus Christus Agrippa aber sprach zu Festus, ich möchte den Menschen auch gern hören. Er aber sprach, morgen sollst du ihn hören. Und am nächsten Tag kamen Agrippa und Bernikow mit großen Gepränge und gingen in den Palas mit den obersten und den vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Und Festus sprach, König Agrippa und all ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da seht ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angegangen hat, in Jerusalem und auch hier, und schrien, er dürfe nicht länger leben. Ich aber, als ich vernahm, dass er nichts getan hatte, dass das Todeswert sei, und er auch selber sich auf den Kaiser berief, habe ich beschlossen, ihn zu senden. Etwas Gewissheit über ihn habe ich aber nicht, dass ich den Herrn schreibe. Darum habe ich ihn vor euch bringen lassen, allermeis aber vor dich, König Agrippa, damit ich nach geschehener Untersuchung etwas hätte, was ich schreiben könnte. Denn es stinkt mich unvernünftig, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung wieder ihn anzuzeigen. Festus habe ich berechnet von seinem Angebot an Paulus, der Prozess in Jerusalem, der Hand allein. Und von der Beräubung ab diesem Augustus, also Augustus ist hier ein Titel, hier ist das nicht ein Name, und dort kaufte er natürlich ein Problem, wenn sie diesen Gefangenen in den Röhm schicken würden, wenn er einen Onkel soll dann gehen und verbringen. Denn Agrippa, Jüd, wir, und sagt, du, wenn ihm die jüdische Frau ein Gerücher handelt, hob fest, dass er an die Handwiesen von Agrippa kriegen würde, weil er diese Onkel gehen empfangen könnte. Als Festus von dem Heiland der Welt reden würde, dann benutzt er so eine einfache Wirt über Jesus. Und warum hat wir daran gedacht, er redet von den himmlischen Vorderen, vor dem sich einmal alle schneuen beenden würden. Auch diesmal wäre er so einfach über ihn reden würde. Am nächsten Tag war dann eine offizielle Anhorchung angerimmt. Agrippa und Bernicke kamen mit großen Gepränge an. Sie wurden von den burschen fernimsten Männern von der Stadt begleitet. Dann war Paulus vergeführt. Und noch einmal erklärt fest, dass wir der Fall wir, haben bereits von den ständigen Forderungen von den Jüden nur dem Tod von Paulus seine eigene Anfähigkeit rüttet. Was von den Todeswürdigen Verbrechen Paulus sich in Anschuldigung gemerkt hat, und dann von der Beroepung von Paulus auf den Kaiser. Das Problem von Festus bestünde natürlich daran, dass wir diese Beroepung von Paulus gezwungen haben, nur Nero zu checken. Doch der Kopf, Töne reichte grundlegend für einen Prozess. Festus sieht ganz klar, dass Agrippa hoffentlich gut in der Leosellen am Terhauppen. Doch richtig ungerühmt oder unendgerühmt schien dort zu sein, einen Gefangenen zu schrecken, und nicht auch jeden Arm eine Beschuldigung zu haben oder mitzudeilen. Hier hängt das Eier an einem Ort von Anhörung aus an einem Prozess. Die Jüden werden nicht anwesend an den Apostel der Anteklärung von der anderen Siedwart von Agrippa keine verbindliche Entscheidung erwartet. Also hier sei wie wahrer. Was mit diesem Moment passiert, hat die Jäses noch fallen. Und denkt, wer unterweht, was Jäses sagen hat. Er sieht, haben die Mieder gedauern, die werden dort auch gedauern. Und wir sagen hier, dass sie wahrer aller Schrieenden in Vers 24, dies Mann darf nicht länger leben. Noch dort kann sein, dass wir irgendwo in schwere Situationen kommen, dass Menschen ans Fläch und nicht mehr sagen wollen. Dass Menschen auch würde gleich, wenn wir lieber in den Wachherinnen wären. Aber all dort soll uns Schämmel nicht den Mutmärken verlieren, von Jesus zu zeugen. Immer wahrer, weil wir vom Nieren uns in Heiland, Jesus Christus, gerät mögen, wo immer wir gelegen hätten haben, solange es wir sind, ob diese Ehe. Du möchtest mehr Menschen gerät worden, und dass Christus allein kann verheirlicht worden. Du und wünschst uns Gottes Segen. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, das schenk uns immer wahrer vom Nieren der Kruf, dass wir die wollen bezeugen, auch wenn da sollen schwere Tüde kommen, Tüde, wo Menschen ans Tüde anwohren sind. Halb uns dann, dass wir ganz geloten werden, in die Sänen, in das Evangelium wieder sein, damit neue Menschen gerät worden, und dass du aus alle ihr triehen. Ich danke dir, der Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.